Crystal, wir beide haben echt viel gemeinsam. Wir sind beide von der Erde, wir benutzen beide Elemente, wir sind beide adlich. Erwähnte ich schon, dass ich ein Prinz bin? Mehrfach. Verhält er sich etwa bei allen Frauen so? Normalerweise sogar schlimmer. Aua! Gut. Ich bin gut. Ich bin Groot. Desto weiter entfernt er sich. Ich glaube, Maximus weiß, wo die Saat ist. Also, würde ich gern die Gedankenkontrolle ausschalten und ihn fragen? Das ist die Bekloppteste Idee, die ich je gehört hab. Ruhe! Ich spreche für Black Bolt, den einzig und alleinigen Herrscher der Inhumans, wenn ich sage, dass dies eine unfassbar dumme Idee ist. Das will ich vom König selbst hören. Okay, das ist das Dämlichste, was ich je gehört hab. Auf die Idee ist noch nie jemand gekommen? Echt jetzt? Und nur zur Erinnerung, wir haben dein ganzes Volk vor einer Seuche bewahrt. Also, ist das ein Ja? Ich darf es? Bisschen korrekter Kollege, aber naja, nächstes Mal gib mir einfach einen Daumen hoch, okay?